Prost! Oh Gott, ich reiß jetzt mal alles ab hier. Guter Beginn, auf jeden Fall Prost. Hier ist mein Mikro schon. Ein Mikrofon. Komplett abgerissen ist er jetzt gerade hier. Ja, ich habe hier gerade alles vorbereitet für den Stream morgen hier, meine lieben Toadies. Guckt euch das an. Ich habe jetzt hier so eine schöne Software. Kann ich hier irgendwas eingeben für meinen... Ich mache morgen Speed One. Kommt auf jeden Fall da vorbei. 10.30 Uhr. Kann ich hier irgendwas machen. Start drücken. Der läuft halt hier. Und der läuft halt hier. Auch das finde ich super. Wenn ich mal weinen muss, kann ich das hier anmachen. Und dann Reset. Countdown da oben. Hier oben reingeben. 10 Minuten, wenn man mal große Geschäfte machen muss. Und dann läuft das hier runter und da auch. Finde ich super. Ja, Leute. Kommt morgen 10.30 Uhr zu einem Super Mario David Speed One. Wenn der nicht kommt, dann bin ich ganz traurig. Ich bin auf jeden Fall... Sehr krass finde ich die Software hier. Also finde ich ziemlich gut. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, ob das morgen was wird. Oder eben nicht. Mit dem Speed One, wie lange wir brauchen werden. Ich hoffe nicht allzu lang, aber morgen schon länger streamen geplant. Kommt dazu. Wippt mich, wenn ihr wollt. Ich habe jetzt die Wipp-Funktion auf YouTube. Gaming. Heißt für 4,99 im Monat. Könnt ihr mir euer Geld da lassen. Und ja. Ein paar von euch haben jetzt wieder Schule. Ihr Opfer. Ich nicht. Hab mal ein paar Wochen. Da ist nichts mehr drin. Gut. Macht's gut. Tschüss.